Machen wir das. Ich will die Seite ja auch aufdecken. Ich glaube ich werde noch vorher zum Dorf, dann hier rum und dann da hochwärts. So machen wir diese. Die habe ich noch nicht. Was ist das denn? Oh mein Gott. So eine Beere habe ich leider noch nicht. Kann ich noch nicht fangen. Mal ausschauen, ob wir irgendwas Neues finden. Ich habe mir gerade einen Kick verpasst. Oh mein Gott. Du hast eine Sonnenuhr gefunden. Sie funktioniert nur tagsüber. Richte den Zeiger am Schatten aus, um sie zu aktivieren. Ja. Vorne. Ja. folge diesen Stratbruch sie diesen Kritzer Stein an was wohl dahinter steckt die Nonno sind nahe sie halten sich gerne im Glitzergras auf ja 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 Ja. Ui, legendär. Zweite. Ehm, moin Leo Bolle. Ich hab die einen Halsen gefunden, die reaktiviert wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber das ist so nervig ich meine das ist einfach nur ein visör und der will mir dann auch wieder direkt ein bläuen welche richtung ich einzuschlagen habe und was ich nicht zu tun lassen habe sind einfach nervig und den dialogen her und das macht jeder verkackte npc das kann noch den scheißegal sein was ich mache beinahe hättest du das dorf libbert verpasst so so Wir haben Fragräuber und KrankengamerTV, vielen lieben Dank für eure Follows. Schön, dass ihr da seid. Bitte dich, einen Blick auf die Waren zu werfen. Bestimmt findest du... Ihr werdet euch wiedersehen. Gerade wieder eingeschaltet und wieder Kritik. Die Spielmechanik, was nicht so toll ist. Die Dialoge sind halt einfach Müll. Aber so richtig Müll. Ich finde das einfach mega kacke, dass mir jeder NPC immer dasselbe erzählt. Welche Seite ich da einschlag und das ist ja nicht so toll ist. Und blablabla. Interessiert halt einen Toten. Meint, es ist schwer, den Überblick zu behalten. Die Welt stürzt so rasch zusammen. Einer, der mehr Ahnung haben könnte, ist der Bücherwurm Soul. Er schätzt jedoch seine Alleinzeit und hat sich daher... Meint, du solltest zuerst nach den Büchern Ausschau halten. Bücher in den Kloppi-Dünen sind vielleicht sogar am besten. Meint, Sol zuletzt gesehen zu haben, als er in die Hitze der Dünen aufbrach. Da draußen wird ihn wohl kaum jemand stören. Das ist gar keine so üble Sache. Sag, das ist die richtige Denkweise, wenn du mehr wissen willst. Da könntest du auf... Ja, Abyss da hast du auf jeden Fall recht mit einem Moin. Hat dich beobachtet und liebt es, wie selbstsüchtig du handelst. Kein Lut, nix. Sagt, heutzutage scheint alles auseinander zu fallen. Sogar Feuer. Könntest du mit dem Leuchtfeuer helfen? Es ist erloschen. Das Leuchtfeuer ist schwer zu erreichen, aber du kannst es neu entzünden. Sagt, es sei seit Generationen eine Familienaufgabe. Die Mamu hatte Dienst gehabt, doch sie hatte sich nicht zurückgemeldet. Sagt, das Leuchtfeuer sei nicht weit entfernt. Halte einfach Ausschau danach. Manchmal sieht man noch den Rauch emporsteigen. Scheint ganz gerührt zu sein, das zu hören. So, Waffenverbesserungswege war gar nichts da oben. Waffenverbesserungswege war ganz schnell. Sogar, leucht voltieren. Sogar, ziert er, keinen? точно Ne den Nono, ist er wieder da zurück. Geh er zu Honky zurück. Okay. Honky bedankt sich, weil du ihm dieses Unsinn-Ding gebracht hast. Er meint, du machst gute Jagd auf Schnäppchen. Honky wüsste es wirklich zu schätzen, wenn du ihm noch einen weiteren wertlosen Gegenstand besorgen könntest. Ihm würde das viel bedeuten, auch wenn es für dich wertlos wäre. Je emotionaler er wird, desto mehr kannst du dabei für dich herausschlagen. Für dich ist also auch was dabei drin. Es sollte dir nicht allzu viel Mühe bereiten, das nutzlose Ding zu finden, wenn du eh gerade unterwegs bist. Er wusste gleich von Anfang an, dass er mit dir fair handeln kann. Honky sagt, alles muss raus, außer dir. Hat selbst auch noch genug zu tun. Gehen wir da rüber, nochmal zu dem anderen Typen. Gehen wir da rüber, nochmal zu dem anderen Typen. Jetzt kann ich das nicht so gut Ah, jetzt kann ich das benutzen. Großes Energie-Paket habe ich gekriegt. Wow. So, was aber da noch. Aber jetzt muss hier was Gutes sein. Wertloser Gegenstand. Terrizo Honky zurück. Wo ist jetzt der Nonon? Ist nicht hier, warum ist er denn nicht hier? Diagnosis Moth? Ah, ne, Sie, Tiki. Da Honky jetzt seine geschätzten wertlosen Dinger hat, ist er bereit, mit dir zu handeln. Honky möchte dir eine Gelegenheit geben, mehr zu erhalten, als du im Gegenzug erwartest. Er verspricht dir, dass sich der Handel lohnen wird. Je mehr du hast, desto mehr bekommst du. Sagt, solange du zufrieden bist, handelt er mit dir so fair wie möglich. Er hat von deiner allergrößten Investition gehört. Er hat von deiner allergrößten Investition gehört. Eine Arche. Wie viel ist sie wert? Fragt sich, wie du dir dann sicher sein kannst, dass sie dir gehört. Wer es findet, darf es behalten. Oh, über meine Leiche. Da die Welt untergeht, ist die Arche jetzt heiß begehrt. Monachios. Ist schockiert, wie du dir einfach genommen hast, was du von der Welt wolltest. Äußerst effektiv. Pistos. Fragt sich, ob du bereits Tickets für die Fahrten mit der Arche verkaufst. Nun, hier haben wir jemanden, der nach einem Ausweg sucht. Wenn du dich bewusst für die Einsamkeit entscheidest, gibst du einen Teil deines Lebens auf, den eigentlich jemand hätte füllen sollen. Einigen wir uns darauf, dass eine bewusste Entscheidung besser als eine unbewusste ist. Nur wer aufhört, auf seine eigenen Gedanken zu hören, ist wahrhaft allein. Doch wer einsam ist oder im Dunkel steht, kann kaum das erstaunliche Licht des eigenen Wesens erblicken. So oder so, dich selbst verlierst du nie. Zumindest das bleibt dir bis zum Ende erhalten. Wer etwas verschenkt, darf sich aussuchen, wer es bekommt. Honky ist immer offen für Geschäfte. Bist überrascht, dass du aufbrechen musst. Ah, warte mal, ich wollte nochmal gucken, was er hat. Meint, wer etwas besitzt, kann damit... Honky ist immer... Rotflinte, Schusswaffe. Mal kaufen. Kleines Magazin. Angriffsschaft. Oh, das ist ein Relikt. Sehr selten. Legendär sogar. Ja, das gleiche habe ich mir auch gedacht. Also, vor allen Dingen quatscht er mir viel zu viel. Im Endeffekt kriege ich nicht mal was. Oh, das hier werde ich mal mitnehmen. Angriffsschaft. Legendär. Gong Ball. Einfach mal 909 Schaden, Max. Bärspitze. Pairspitze. Pferd. 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 Aber ein was hat er. Der hat auf jeden Fall gute Klamotten. Das sind alles legendäre Sachen. Die Hose ist am besten, 4000. Jetzt muss ich mal die Trickkiste packen, was kann ich denn verkaufen? Was kann ich verkaufen? Verkaufen. Gewöhnlich. Gewöhnlich. Das war für uns. Du hast also dieses Geräusches użyte untertitelt. Der war denn aufbistetst ist ein Geräusches. Untertitelung des ZDF, 2020 Aufverkaufen, 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 so. Untertitelung des ZDF, 2020 Soll ich genügend grün haben? Kleidung. So, die Hosen, da muss ich Stufe 18 für sein, das habe ich noch nicht. Den Kopf auch. Aber die Hosen kann ich mir schon mal gönnen. So, die Hosen kann ich mir schon mal gönnen. So, die Hosen kann ich mir schon mal gönnen. Äh, Hosen, ne? Genau. Modifizieren. Boah. Dachereifen. Zack. Und das hier nochmal. Beagleplatte. Nice. Dankeschön, Gypstar. Komm. 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 mal runter. Dachereifen. Jetzt lef ist es ab⁉ her. Dachereifen. Wenng feelings. Setz eisiahen. 바람. Mal da, wenn du es schaffst, jetzt wird es auch mal besser. Gleichweite und Durchdringungen noch mal ein bisschen erhöht jetzt. Uff, der kriegt jetzt auch noch mal einen drauf hier. Sock. Ah, das geht nicht, aber das geht. Brauchen wir mehr Teile. Ich muss eben was kaputt machen. Warte, das muss ich kaputt machen. Lederjacke weg. Blaue Jacke hebe ich auf. Blaue Jacke hebe ich auf. Einfach Hose. Warnhose. Boah, habe ich auch so viele. Spend ist es wieder, eine. Warte. 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 Was ist denn da? Ich kann es nicht mal kaputt machen, warum was denn? Hochschultern habe ich mittlerweile auch super viele. Hochschultern. 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 Auch so. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Müsste ich aber eigentlich. Hast du das noch modifizieren können, oder? Perfekt. So, dann können wir das hier mittlerweile auch kaputt machen. Das können wir auch kaputt machen. Das können wir auch kaputt machen. Den Rest lasse ich. Und die könnte ich auch kaputt machen. So. Haben wir alles. Neue Stufe noch. Genau. Die frische Luft hat dir gut getan. Ruf 16 bin ich aktuell. Okay. Ähm. Widerstand verbessern. So. Kälte wollen wir als erstes, glaube ich. 72%. Wenn ich jetzt hingehe. 72% und ich ziehe jetzt die Jacke an. Habe ich immer noch nur 72%. Okay. Sicher. Ne. 100%. Jetzt habe ich 100%. Kälteschutz. Geil. Und das heißt. Ich kann mich jetzt eben. Hier runter teleportieren. Und da in diesen Kältebereich gehen. Bin ich jetzt mal gespannt was da auf mich wartet. Jo. Das macht mir nix mal aus. Bin ich jetzt schon, ein bisschen weiterzuladen? Nein cartekomb. Ich habe einen Aufbruchig... Oh Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich brauche einen Schlüssel Och nö Ich brauche einen Schlüssel Ich brauche einen Schlüssel Ich brauche einen Schlüssel Genau, er packt mich halt instant. Da drehst du dich halt einfach direkt um, so packst du dich wieder. Ich krieg dich mal ne Kombi durch. Ich darf jetzt einer empfehlen. Komm schon. 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 jetzt haben wir den monster schluss ich war jetzt leicht erschrocken ich wollte eigentlich den überraschungsmoment haben den hatte ich aber überhaupt nicht schlüssel sind nicht nur zum klären da war das ding und 20 sogar okay das ist das ist ja damit du arbeit nicht schlecht die rüstung ist gut aber der rest ist halt nicht so prall so wo gehe ich jetzt als nächstes hin muss eigentlich hier weitermachen die hallfelder hier klingt das echo deiner taten klarer nach als an jedem anderen ort ausnahmen bestätigen die regel so 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 eine sogenannte vor stadt ein ort wo man dem stadt gestank entkommen kann so 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 und so jetzt fühlst du dich aufgepumpt klar k Ah, okay. Das ist zwei. Sputflinte. Du musst die Rohre des Spülhockers entdrehen, um ihn leeren zu können. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Das ist genau die Art von Ärger, die du hinwegwaschen möchtest. Ein neues Magazin. Das ist ein neues Magazin. Also, das ist ein neues Magazin. Das ist ein neues Magazin. Ein neues Magazin. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR ist aber dafür ging es schnell es 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 ist es 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 ok muss ich wieder was benutzen mit dem rosenkling hmmm sündung doki ich hier was macht Nee. Kannst du ein bisschen Lübeck sein? Nee, kann ich nicht. So, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? So, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Ja, klar. Warum nicht, ne? Nein, doch. Ja, okay. Wenn sonst nichts ist. Besiege den wackeligen Trunkgut. Jeden Tag ein bisschen stärker. Das ist nichts. Okay. Und? Was ist das? es ist aber gut Ok, das ist gerade gesettet. Ok, das ist gerade gesettet. Ok, trunk genug Kacke. Vorstadt Ressortschlüssel. Ok, jetzt müssen wir nur noch den Schlüssel, also den Gegenstand dazu finden. Vielleicht in dem großen Gebäude noch. Ok. Ok, das ist gerade gesettet. So eine Steuerung muss wohl erst wieder in Ordnung gebracht werden, damit der Mechanismus funktioniert. Ok, das ist gerade gesettet. 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 Ok. Ok, das ist gerade gesettet. Ich werde das level up. Oh, das ist... Sieht gut aus. Oh, Mann. Vielleicht passt diese Schlüssel. Ja, das war das Schlüssel. Pickenachs, legendär. Einhändiger. Ja, gelb, das war nicht schlecht. Was haben wir hier? Oh. Unkelkorn. Typik, typik. Das ist Krom. Was ist das für ein Orschi-Teil hier? Ein Gewehr, ne? Ja. Attribut benötigt. Agilität 50. Jedes abgefeuerte Geschoss erhöht die Feuerrate um 10%. Dieser Effekt wird zurückgesetzt, sobald das Magazin leer ist. Alter, wie krass ist das bitte, das Ding. Das ist mal ein Automatik-Gewehr, ne? Und das, ja. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Schaden macht. Ich mach bestimmt so 2000er-Hits oder so. Hm. Ein Foto macht jeden Fall noch. Ich mach dir. Okay. 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 Ja, das ist gut. das war schön in die flöten getreten Nö, sauber. Freunde übrig. Der hinten ist noch ein Toter. Ich habe noch nicht alles gefunden. Die überragende Beute habe ich noch im Untergrundbereich. Ich habe noch irgendeinem Untergrund nicht gefunden. Guck mal da an das Gebäude. Ich glaube da war ich am Anfang drinnen. Tja, was sagt man dazu? Noch eine Spur. Hier war es nicht drin. Manchmal brauchen selbst erfahrene Reisende mal eine Verschnaufpause. So war es schon immer. Sogar damals schon. Stell dir vor, das ist einer der Gründe, warum manche hierher gezogen sind. Die hier... Okay. Ah, aber hier komme ich noch nicht rein. Nein, ne. Stimmt, hier war doch was. Muss unbedingt diese Waffe aufwerten. Hast du hier einen Wegweiser oder sowas? Ne. Hier oben vielleicht ein. Hier wird es warm. Als ob es gibt,けigster Waffe aufwendest, wo im Moment blitzig ist? Alles ist besser, wenn sie nicht. Ved es an der Regen zusammenklappen. Das ist eine Ergange. Wie geht? Wo ist es jetzt? Ne. Sagen. Wenn es hier nicht kommt. Es steht, Ohne. Anすas. Und das bist du. Es gibt da auch nur noch ein paar Seiten. Sie sehen. Sie sehen. Sie sehen. bio zeug da komme ich in richtung todesgebiete ich gehe jetzt noch mal auf den grond Ah, ne, ich brauch die blöde Waffe, Mann. Wo könnte ich die noch mal aufwerten? In die Kiesel um deine Kralleisen zu strongen, ja. Du bist unbedingt da zum Kiesel. Was mache ich jetzt? Das nervt nämlich. Oh. Oh. Tausend Meter. Schutztrommel. Hm? Oh. 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 Das ist jetzt. umdrehen und dann da links okay machen wir diese ohne neue illusion wenn du deine Augen fest genug vor der Realität verschließt öffnet sich dein Geist alten Erinnerungen dies ist eine es zu erinnern wenn eine ungewollte Erinnerung hochkommt ist es eine natürliche Reaktion sie unterdrücken oder ändern zu wollen ich habe mich jetzt einfach mal aus dem Leben genockt allerdings besteht kein Zweifel daran dass deine Erinnerungen deine Zukunft beeinflussen wähle dir die Roboterfunktion die du abrufen möchtest Luftgleiter oder Kraftschub du hast dich also an die Kraftschubfunktion des Roboters erinnert die Stärkung aktiviere ihn im Verbrauchs Gegenstandmenü um deinen Schaden zu erinnern ich glaube der Kraftschub radioaktives Modul die Stärkung oder zum auf dem Highway zieh dir diese Kauferia da drüben an was die wohl verkauft haben Hm. 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 Ich hab nichts mehr aus, was... Was ist das? dann nix mehr über schnelle auswahl auswählen jetzt wieder nur ja 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 Soll ich aber noch gut an, da war ich das Böge. Oder wie? Komm, ich kann nicht kommen, dass ich irgendwie... Weich abgeschlossen. Okay. So war da wieder im Bunker oder was ist das da? Also war da wieder im Bunker. Hitze. Gut, aber gegen Hitze bin ich noch nicht. Wenn du einen betreten willst, solltest du etwas haben, das dich kühlt. Halt mal ein. Da soll ich vielleicht mal mal eine andere Rüstung anziehen. Die Rüstung anziehen. Dann kann ich datasetsuchtern. Das macht mich. Was ist das? Oh ne Wegmarki hier, oder was? Nüüd. Wir haben mal ne schicke Mündung. Wo ist denn diese Sonnenuhr? Ich hoffe, dass wir die Sonnenblatt haben.